So, schönen guten Morgen zu Märkte am Morgen. Wir springen gleich nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Dir einen schönen guten Morgen gestern. Ein weiterer, ja, wie soll ich sagen, es war ja kein Sell-Off, dafür ist es noch nicht ausreichend genug, aber es war schon ein deutlicher Abverkauf, den wir da im Technologiesektor in den USA gesehen haben und entsprechend schwache Vorgaben dann natürlich auch für heute Morgen für die Tech-Werte in Europa. Insgesamt, wie ist das Bild bei euch? Ja, Moin aus Frankfurt. Das Bild ist ein bisschen schwächlich, ein bisschen gedämpft, aber wie du es gerade gesagt hast, so richtig nach Abverkauf ist einem hier jetzt nicht zumute. Wir haben einfach zuletzt gesehen, dass die Konjunkturerholungshoffnungen gedämpft wurden, Lockdown bei uns verlängert, dann bei uns ja auch so ein bisschen Chaos, wie es jetzt um Ostern eben dann aussehen soll, mit der Verschärfung des Lockdowns etc. Das lässt Anleger auf der einen Seite vorsichtiger werden, weil man sich natürlich fragt, wie weit in die Zukunft müssen wir jetzt noch blicken, bis die Wirtschaft dann mal wieder hochgefahren wird und sich entsprechend erholen kann. Aber von einer panischen Grundstimmung kann jetzt hier absolut nicht die Rede sein. Die Vorgabenseite, die ist gemischt heute Morgen, also gemischte Vorzeichen schon mal in Asien. Beim Nickel grüne Vorzeichen, ein bisschen schwächlich, Hang Seng und Shanghai Composite, aber auch nur leicht rote Vorzeichen. An der Wall Street, du hast gerade schon, beziehungsweise die Tech-Werte, die hat das Dollar erwischt an der Wall Street beim Dow, da ging es quasi minimals drunter. Also der ist fast unverändert aus dem Handel gegangen. Das Thema Pandemiesorgen, das sehen wir eben auch dort. Es gibt noch einiges an Daten, auf die wir heute gucken können, aber ansonsten bleibt das natürlich das übergeordnete Thema und ganz spannend auch die Schwankungen bei den Ölpreisen. Da hatten wir ja Anfang der Woche gesehen, dass die Pandemiesorgen eben auch entsprechend bei den Ölpreisen erstmal für Verluste gesorgt hatten. Dann ging es da gestern auf einmal heftig aufwärts, weil ein Frachtschiff im Suezkanal eine Havarie hingelegt hat und sich da jetzt die Schiffe stauen. Heute ging es dann wieder ein bisschen runter für die Ölpreise. Also das ist natürlich jetzt gerade noch so eine Sache, die on top nochmal da dazukommt. Aber ansonsten bleibt natürlich das Thema Pandemie und wie geht es weiter mit der Wirtschaft? Hier das übergeordnete Thema. Genau, übergeordnetes Thema. Das wird uns noch eine ganze Ecke begleiten. Dir einen schönen Dank. Auf jeden Fall erstmal nach Frankfurt und wir schauen mal an, was die US-Personen gestern so gemacht haben. Also für den Dow Jones ging es mehr oder weniger nirgendwo hin, nachdem wir ja zwischenzeitlich durchaus höhere Kurse gesehen hatten. Der S&P etwas schwächer, weil Tech dominiert und dann tatsächlich im Nasdaq der Abverkauf. 2% ging es da nach unten. Jetzt schauen wir mal, was wir heute Morgen in Asien sehen. Wir haben eine kleine Gegenreaktion. nichts, was uns da jetzt irgendwie richtig anschieben könnte. Der Bitcoin. Ah, sehr schön. Der Bitcoin. Den werden wir jetzt ein bisschen im Auge behalten müssen, weil wir langsam, natürlich nicht langsam, sondern etwas schneller unter den Aufwärtstrend, den ich Ihnen gestern mitgebracht hatte, fallen. Und das sieht dann eher danach aus, dass wir uns wohl auf zumindest kurzfristig weiterfallende Kurse einstellen müssen. Momentan 53.148. Das sind immer Momentaufnahmen. Das hat nichts mit dem übergeordneten Szenario zu tun. Das zeigt einfach nur, wie wir kurzfristig dann die Lage einzuschätzen haben. Und sollte natürlich ein Aufwärtstrend, der ja doch recht prägnant gewesen ist, gebrochen werden, dann gibt es natürlich genügend Anleger, die sagen, okay, versuchen wir es mal auf der Gegenseite. Schauen wir weiter, was wir noch dabei haben. Der Ölpreis. Die Kollegin hat es gerade angesprochen gehabt. Ja, der Tanker, der da quer im Suezkanal hängt, unglaublich, wie man das hinkriegt, sein Schiff genau so einzupacken, dass überhaupt gar nichts mehr durchkommt. Und es ist ja nicht nur Öl letztendlich, was dadurch unter Umständen verknappt wird, sondern natürlich auch andere Güter, die über den Suezkanal letztendlich verschifft werden. Aber das ist ein temporäres Problem. Der wird da nicht ewig drinstecken. Man wird sicherlich Möglichkeiten finden, den hier loszueisen. Der Nasdaq, den hatte ich ja schon gesagt, jetzt gerade wieder etwas schwächer, was im großen Ganzen dann natürlich auch jetzt nicht besonders sinnvoll aussieht. Also ich meine, wenn wir begründen, dass wir eine steigende Zinserwartung haben, die steigende Zinserwartung, die ist gekoppelt an die Hoffnung darauf, dass sich die Wirtschaft schneller als erwartet erholt und dann dreht sich das Ganze und trotzdem fallen die Kurse, wobei sie ja jetzt eigentlich dann einsteigen müssten, weil wir jetzt wieder das selbe Setup haben wie vor zwei Wochen, dann sieht man natürlich, dass der Markt da momentan in einer Findungsphase ist, auch was Argumente betrifft. Also eigentlich, es geht gar nicht mehr so sehr darum, jetzt zu sagen, sind die Aktien hoch bewertet oder sind sie nicht hoch bewertet, sondern einfach zu sagen, okay, auf welche Welle wollen wir denn jetzt, oder auf welches Pferd wollen wir eigentlich aufspringen? Auf das mit den Zinsängsten, also dass wir letztendlich steigende Zinsen in den USA sehen werden oder wollen wir doch lieber auf die Erholungswelle hoffen? Es ist momentan da etwas zäh. Tesla natürlich, wenn der Markt nachgibt, dann ist Tesla mit dabei. Auch hier der Zusammenhang mittlerweile so klar, dass ich den nicht jedes Mal wieder mitbringen muss. Schauen wir uns auf jeden Fall hier dieses kleine Verlaufstief an. Gehen wir drunter, dürfte der Test der 200-Tage-Linie unmittelbar bevorstehen. An den langfristigen positiven Aussichten von Tesla ändert das nichts. Natürlich, sie werden Wettbewerb bekommen, keine Frage. VW hat ja angekündigt, dass man hier auf jeden Fall jetzt erstmal in die Batterietechnologie investieren wird und man will bis 2025 dann tatsächlich auch einen großen Marktanteil bei E-Autos haben. Das dürfte bei Tesla drauf drücken. Auf der anderen Seite, sie haben einen technologischen Vorsprung und dann geht es natürlich auch darum, wer kann denn das erste Auto mit Level 5, also letztendlich die vollständige Autonomität, äh, Autonomität, nee, vollständig autonomes Fahren, so rum, anbieten. Tesla sagt, wir können das, wir werden es sehen. Bleibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte. GameStop, tja, es hat einfach nicht gereicht. Muss man klar sagen, die Aktie gestern über 30 Prozent verloren, 34 Prozent. Sie sehen es, gestern gab es nochmal so einen richtigen Schlag in den Nacken. Die haben schon schwach aufgemacht gehabt, ähm, dann hatte sich die ganze Sache ein bisschen stabilisiert. Es ist das, was ich gestern Nachmittag schon gesagt hatte, so ein bisschen Skepsis, die ja ein bisschen Skepsis. Und das ist ja bei GameStop dann von der Kursentwicklung was ganz anderes, als wenn Sie sagen, ein bisschen Skepsis vielleicht bei einem anderen Wert. Bei GameStop ist das ja immer gleich, entweder die Leute hoffen und dann geht die Aktie ab wie eine Rakete oder aber in die andere Richtung, wenn ein wenig Skepsis angebracht ist, was das Geschäftsmodell betrifft. Und es hat einfach nicht ausgereicht. Es hat nicht ausgereicht, dass das Unternehmen sagt, ja, wir wollen den E-Commerce stärken, wir wollen unsere Technologie-Plattform stärken, weil das machen alle Einzelhändler. Und das haben die Analysten auch gesagt. Die haben nach dem Call gesagt, das hat nicht ausgereicht. Das ist das, was wir die ganze Zeit, das was wir seit Jahren hören. Also das ist jetzt nicht das, worauf man diese irre Kurs-Rallye hier aufbauen könnte. Ich bin dann gestern Nachmittag noch in den Wall-Street-Bets-Boards gewesen und habe mich da ein bisschen umgeschaut. Die Stimmung weiterhin zuversichtlich, sozusagen bleibt dabei. Also von daher sicherlich keinen Druck zu erwarten. Aber an der Börse gestern diejenigen, die sagen, okay, das wird nichts. Dann kommt natürlich noch der Verkaufsdruck, also zu dem Verkaufsdruck, der Short-Druck dazu. Und das hat jetzt dazu geführt, dass es da gestern kräftiger nach unten ging. Und Sie sehen jetzt, das ist jedes Mal so erratisch. Das geht wirklich nur mit ganz kleinen Positionen, wenn Sie sagen, okay, ich will mal versuchen, ob ich die Welle nach oben mitnehmen kann und erwischen kann oder eben nicht. AMC Entertainment, die waren natürlich auch dabei, auch so eine Story-Stock-getriebene Geschichte. Und die haben gestern zusätzlich noch darunter gelitten. dass Disney angekündigt hat, den Filmstart von Black Widow zu verschieben. Das bedeutet natürlich, selbst wenn die Kinos wieder aufmachen, dann fehlt so langsam das Material, was die Leute auch ins Kino locken könnte. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ohnehin jetzt nicht einer, der bei nächster Gelegenheit ins Kino rennen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele sich das wirklich überlegen werden, ob sie das tun. Vor allen Dingen, wenn es keine Begründung gibt, weil keine spannenden Filme da sind. Also das ist dann vielleicht so der letzte Trigger und deshalb auch hier die Reaktion nachvollziehbar. Vielleicht auch noch dadurch ein bisschen angestachelt, dass es halt bei GameStop so stark nach unten ging und die laufen ja trotzdem in etwa, was die Stimmung betrifft, dann parallel. Läuft die eine gut, läuft die andere in der Regel eben auch ganz gut. Microsoft gestern, die habe ich einfach nur deshalb dabei. Schauen Sie es sich an, der Markt verliert, Tech verliert und die, naja, 0,9 Prozent, das lässt sich da wirklich recht einfach verschmerzen. Beim DAX warten wir mal ab. Die hohen Infektionszahlen, die wir heute Morgen gesehen haben, 22.000 Neuinfizierte, deutet ja darauf hin, dass der Sommer ebenfalls als eher, ja jetzt fangen wir erstmal mit dem Frühling an, dass die ganze Sache sich für uns noch sehr zäh gestalten könnte. Verliert Tech dürfte sicherlich heute auch Infineon unter Druck geraten. Der Zusammenhang sollte ebenfalls klar sein. Auch da haben wir natürlich durchaus gesehen, dass die Stimmung sich abschwächt, wenn wir drüben im großen Teil, über den großen Teil die großen Tech-Werte im Minus erleben. TUI, digitale Hauptversammlung heute, bin ich mal gespannt, was dabei letztendlich rumkommt. Vor allen Dingen, was die Zukunftsaussichten betrifft. Die Aktie hat ja zuletzt stark unter Druck gewesen, nachdem der Lockdown bis zum 18. April verlängert wurde und jetzt, ja, sind ja dann praktisch schon im Sommer, was die Börse betrifft. Und da muss man sich natürlich fragen, wie viel Geschäft wird es geben, ja, und kann TUI davon in irgendeiner Art und Weise profitieren? Brauchen sie nochmal Geld? Das sind ja alles durchaus valide Fragen für Anleger. So plus heute mit Geschäftszahlen, der Umsatz leicht besser als erwartet, das EBDA deutlich besser als erwartet. Vielleicht reicht es aus, um die Aktie hier tatsächlich über, was wird das sein, 200 Euro letztendlich anzuschieben. Und dann Volkswagen haben wir noch mit dabei. Die waren ja zuletzt in aller Munde. Es waren ja die Pläne, die E-Auto-Pläne aggressiv. Genauso wie man es sich eigentlich jahrelang gewünscht hatte. Dann hat Servatis genau so gemacht. Und die Aktie ist abgegangen wie Schmidts Katze. Dazu kam natürlich auch noch das gesteigerte Kaufinteresse aus den USA. Vielleicht auch noch Short-Eindeckungen, die damit dabei waren. Und jetzt gerade in der Konsolidierungsbewegung. Leichte Korrekturbewegung. Das ist alles nicht allzu schlimm. Warten wir mal ab, wie die Märkte heute im Tagesverlauf darauf reagieren, auf die Vorgaben aus den USA. Ob sich heute Nachmittag dann die US-Börsen vielleicht auch ein bisschen beruhigen. Wir werden es sehen. Ansonsten Ihnen gute Zeit, gute Vorsitzende.